Stefan Schwab, lassen Sie mal über das Spiel sprechen. Null zu Nübel gegen den WRC. Ziemlich gebrauchter Arbeitstag, oder? Ja, natürlich. Das ist viel zu wenig. Die letzten drei Spiele gegen Altachslova und Bratislava und heute gegen den WRC kein Sieg. Zwei Heimspiele davon gehabt, da braucht man nicht diskutieren. Das ist viel zu wenig von jedem Einzelnen von uns. Wir müssen uns alle in den Nosen nehmen, hinterfragen. Jeder muss in den Spiegel schauen, reflektieren und wir müssen irgendwie auf die Füße kommen. Es ist spielerisch zu wenig, es ist von der Einsatzbereitschaft zu wenig, es fehlt in allen Belangen im Moment. Siehst du eine Begründung dafür? Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Wir sind eigentlich gut reingestattet in die Saison. Vorhin fahren wir eher in ein Loch rein, wo wir uns heute nicht einmal ansatzweise über 90 Minuten rausziehen hätten können. Wir müssen schauen, dass wir am Donnerstag endlich Leistung am Platz bringen. Wir müssen schauen, dass wir aufs Spiel am Platz haben, die Leistung am Platz bringen. Das ist entscheidend. Von der Punkteauswahl her machen wir jetzt keine Gedanken, sondern uns macht es natürlich mehr Sorgen, wie wir im Moment spielerisch auftreten. Kommen wir zum negativen Aspekt. Du musst es leider zur Pause raus. Wir haben gehört, muskuläre Probleme. Wie schlimm ist es? Besteht Gefahr für Donnerstag? Ich habe es leider nach der 20. Minute schon gespürt. Es ist links hinten im Oberschenkel und bei jedem Pass ist der Zug und die Spannung stärker geworden. Es hat sich so angefühlt, wie wenn bald mehr passieren könnte. Darum haben wir dann in der Halbzeit abbrochen und gesagt, es ist nicht sinnvoll weiterzumachen, weil es nur eine Frage der Zeit geworden wäre, bis mehr passiert. So, glaube ich, haben wir es jetzt noch halbwegs im Griff und schauen wir mal, was die Untersuchungen im Morgen ergeben. Ich bin schon ein positiver Dinge, dass sich das bis Donnerstag ausgeht. Kommen wir zum Positiven. Mert Müldür hat heute aus meiner Sicht mehr als nur eine Talentprobe abgeliefert und war einer der wenigen Lichtblicke. Würdest du diese Meinung teilen? Ja, wenn jeder so am Platz agieren würde, wie der Mert heute, der in die Duelle geht, der Zweikämpfe gewinnt, der den Ball fordert, der sich nichts als zutraut, der sich der Bälle fordert, am Mittenball vor allem, sich traut, Fußball zu spielen, dann würde das Ganze ein bisschen anders ausschauen. Und ja, der Trainer hat heute rotiert, zu Recht natürlich. Leider haben wir im Moment einfach keine Elfspieler am Platz, wo jeder eine einzelne Leistung bringt. Das sind Vereinzelte und das ist halt dann natürlich zu wenig gegen WRC, gegen Alter und gegen Slowenbar-Barteslauer. Die Pfeife und die Rufe am Ende, wie hast du wahrgenommen? Wie siehst du es als Kapitän? Ja, da müssen wir jetzt durch. Da brauchen wir uns nicht aufregen, nicht jammern, nicht sonst irgendwas. Da müssen wir jetzt am Herz zeigen, am Brust zeigen, alles was wir haben in die Hand nehmen und da jetzt mit dem Kopf durch die Wand, es hilft jetzt gar nichts, da zu diskutieren. Ich verstehe natürlich die Leute im Stadion, dass man nach solchen Leistungen pfeift. Das hat jetzt uns nicht zu interessieren. Natürlich hilft es uns nicht weiter. Den einen oder anderen wird es verunsichern, aber wir müssen jetzt eigentlich einfach mit dem Kopf durch die Wand und das schlucken, weil wir uns ja auch selber da wieder reindreht haben. In dieser Phase, bist du da auch als Kapitän jetzt besonders gefordert? Ja, natürlich. Dann gibt es da Führungsspieler, die gefordert sind. Mir tut es unheimlich weh, dass ich heute nach 20, 30 Minuten fast wieder angeben muss und nicht mehr weitermachen kann, wenn ich sehe, es läuft nicht. Und man versucht, aber es geht dann nicht mehr. Es tut natürlich weh, aber wir haben mehrere Spieler. Man kann nicht jetzt zwei, drei rausheben, sondern wir müssen es auf mehrere Schultern verteilen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, jeder Einzelne muss sich in den Nase nehmen, jeder muss sich in den Spiegel schauen und selber seine Leistung beurteilen und selber ehrlich zu sich selber sein. Die letzte Frage von mir noch bis Donnerstag. Ist jetzt Therapie oder wie geht es jetzt weiter mit der Verletzung? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was morgen die Untersuchungen ergeben. Und dann werden wir einen Plan entwickeln, dass sich das für Donnerstag auskommt. Alles Gute. Richard Strebinger, es war ein gebrauchter Arbeitstag für den Escarabit. Am Ende nur 0 zu 0 gegen den WRC. Lass uns über das Spiel sprechen. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, wie gesagt, wir haben es heute einfach nicht hingekriegt, dass wir die Sachen, die wir gerade gegen Detmira oder gegen Alltag in der ersten Halbzeit gemacht haben, dass wir die zweiten Bälle gewonnen haben, dass wir extrem giftig im Gegenpressing waren. Das haben wir heute einfach vermissen lassen. Auch defensiv sind wir nicht gut verschoben. Man hat der WRC gut durchspielen können. Ich denke, wenn wir die zwei drei Sachen einfach besser hinkriegt hätten, dann hätten wir auch viel mehr Möglichkeiten gehabt, weil wir dann eben die Bälle im Mittelfeld hätten gewinnen können und dann schon näher beim WRC sind, dass wir dann das Spiel gewinnen. Kann man sich in einem solchen Spiel irgendetwas Positives mitnehmen oder überwiegen die negativen Dinge? Ja, was soll man sagen? Vielleicht das Einzige Positive ist, dass wir nicht verloren haben. Und hinten, glaube ich, der Mert ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Er hat richtig viele wichtige Zweikämpfe, woanders muss ich ansprechen. Der hat sich richtig reingekauft, der hat das richtig stark gemacht. Da habe ich ja wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, wenn man in dem jungen Alter reinkommt. Also, wie gesagt, der hat das überragend gemacht. Aber sonst, wir müssen einfach besser spielen als nächstes Mal. Und gerade eben, dass wir die Qualität haben, das wissen wir ja, aber das sagen wir auch schon seit Monaten oder seit Jahren. Es geht einfach darum eben, dass man, wenn der Gegner dann mal gut presst und wenn man dann mal vielleicht über den zweiten Ball spielen muss, dass man den dann auch vorne mal sichert. Und nicht, dass jeder Ball einfach wieder hoch zurückfliegt. Aber wenn man dann vielleicht nicht sichern kann, dann müssen wir auch die zweiten Bälle holen. Und wie gesagt, das haben wir heute einfach nicht geschafft. Und das müssen wir einfach besser machen. Weil dann erobern wir die Bälle eben im Mittelfeld. Und können dann, dann können Spieler wie Gnasi auch die Qualität zeigen und die Bälle dann durchspielen für die Stürmer. Gibt es Dinge, die man aus einem solchen Spiel lernen kann? Wie bitte? Gibt es Dinge, die ihr als Mannschaft oder auch du als Torhüter aus einem Spiel wie dem lernen kann? Ja, natürlich. Das werden die Trainer analysieren. Die werden uns die Sachen aufzeigen, dass wir es einfach besser machen. Weil wir müssen es besser machen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch am Donnerstag besser machen werden. Mert Müll, du hast das angesprochen. Für mich war er der beste Rapittler. Siehst du es genauso? Ja, wie gesagt, er hat ein super Stellungsspiel gehabt. Er hat auch eine Ruhe am Ball gehabt. Er hat einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Und defensiv eben auch gerade am Ende jetzt noch einmal beim Stangler. Richtig gut agiert. Also, gut ab vor der Leistung. Die Rufe am Schluss gegen den Trainer. Hast du die mitbekommen? Was sagst du dazu? Ja, natürlich haben wir gehört, dass wir Pfiffen haben. Jetzt Rufe habe ich direkt nicht gehört. Aber die Pfiffe, ja. Das können wir nur mit Leistung beeinflussen am Platz. Ich muss einfach schauen, dass ich meine Leistung am Platz bringe. Und der Rest, ja. Das braucht mich auch nicht viel zu beschäftigen. Weil ich bin Spieler und ich muss meine Leistung am Platz bringen. Breite es uns die Spieler ab? Oder geht das einem auch ein bisschen psychisch nahe? Nein, ich habe es ja schon gesagt. Also, mich beschäftigt das nicht. Ich kann das eben nur mit Leistung beeinflussen. Ich versuche meine Leistung zu bringen in das Spiel. Wie gesagt, wir müssen einfach schauen, dass wir die Ergebnisse einfahren. Dann werden wir einfach nicht mehr pfeifen. Aber das, wie gesagt, das kann ich nicht beeinflussen. Und deswegen beschäftigt es mich noch nicht so sein, muss ich sagen. Alexander Kowler, herzlichen Glückwunsch zu einem 0-0 bei Rapid. Lassen Sie mal über das Spiel reden. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, die Glückwünsche nehme ich mir nicht ungern entgegen. Weil wir sind eigentlich ein bisschen enttäuscht, wenn wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir die Konter der ersten Halbzeit speziell besser ausspielen und wir vielleicht auch da machen, dann schaut das noch besser aus. Natürlich nehmen wir den Punkt mit, aber wir sind eher unzufrieden. Lassen Sie mal über die Defensive sprechen. Ich glaube, du hattest noch nie so einen ruhigen Abend in Hütteldorf, oder? Definitiv nicht. Ich muss ja auch Lob an die ganze Mannschaft aussprechen. Wir haben als Mannschaft gesagt, vor der Saison und auch vor dem Spiel, dass die Defensive zum Erfolg führt. Und das haben wir heute sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, wenn wir die Konter noch besser ausspielen, speziell aus der Halbzeit, dann ist sicherlich mehr drin. Hinten war es ja schreckend ruhig. Vorne hat so der letzte Nachdruck, der letzte Pass gefehlt. Du hast das auch schon irgendwie so indirekt bestätigt. Würdest du das als Fazit nehmen? Ja, definitiv. Wenn wir die Pässe fertig spielen besser, oder wenn wir die ein, zwei Täuschungen, die wir gehabt haben, konsequenter zu Ende spielen, dann, glaube ich, gewinnen wir die Partie. Defensiv kann man sagen, eine aktive Erholungseinheit. Offensiv war schon sehr gut, aber es hat noch ein bisschen was gefehlt. Was könnt ihr mitnehmen aus dem Spiel? Ja, so wie Sie sagen, die Defensivleitung nehmen wir auf alle Fälle mit. Und offensiv nehmen wir mit, dass wir sehr, sehr gut gearbeitet haben. Speziell der Deva Agil. Also da muss man wirklich ein großes Lob aussprechen. Nur, wie gesagt, es geht um Tore, und die haben wir heute leider nicht gemacht. Und deswegen sind wir ein bisschen unzufrieden. Vier Punkte gegen die beiden Wiener Großclubs. Kann man als kleiner WRC nehmen, nimmt man das gerne mit, oder? Ja, kleiner WRC, wir nehmen das schon gerne mit. Aber wir haben uns heuer schon Ziele gesteckt, dass wir unter die ersten sechs reinkommen. Und das muss unser Anspruch sein, dass wir so viele Punkte wie möglich machen. Und ob das jetzt ein Wiener Klub ist, oder Hartberg, oder Atmira, das muss uns egal sein. Wir müssen auf uns schauen. Und das haben wir in den ersten drei Spielen phasenweise sehr gut gemacht. Und das müssen wir in den nächsten Spielen weitermachen. Also ein Punkt für die Top 6? Ich hoffe schon. Danke. Wenn man vor dem Spiel gesagt hat, ihr seid zu überlegen, habt zu viele Chancen, und macht es mit Pech nur einen Punkt. Hättet ihr das so genommen? Ich meine, das ist ja für euch wahnsinnig ärgerlich sein jetzt. Ja, wenn vor dem Spiel, wie uns einer gesagt hat, wir nehmen einen Punkt mit und spielen so gut, das hätte natürlich jeder unterschrieben. Aber jetzt im nachher Spiel überwiegt natürlich die Enttäuschung, dass wir nicht drei Punkte gemacht haben. Ja, das ist ja für euch.